hallo meine lieben und willkommen zu einer neuen aufnahme vom minecraft let's play mit der mikro gang oder kopfhörer gang mit active und der katze also die beiden haben ja gecheatet ja ich weiß zweimal nicht da und die haben irgendwas hochgeladen ich weiß nicht was ich war so frech und hat mir noch nicht angeguckt das muss ich alles noch nachholen ja der guckt noch immer in die luft siehst du das und ich habe keine ahnung sie haben gefahren also ihr seht das auf deren kanälen ich bin halt einfach sag mal ich habe keine ahnung was sie machen da guck sie waren das nicht nur in dem moment wo ich mein einzelnen will dem sie es einfach weg so dreist muss man mal sagen jetzt hätte ich fast auf dich geschlagen mein kill ja wenn du dein eisen alleine lassen willst bitte ja also ich schätze die ganze die ganzen 40 also noch da lassen also worten ich meine vielleicht die stelle wäre jetzt nicht so schlimm dass man sie wieder nicht mehr findet ja ja okay dann ich lauf weiter also ihr könntet in den raum verbarrikadieren dass da nichts rein kann und ja also wollte ich von gesetzt das ist unser basis camp das dschungel camp ach du scheiße ich komme da nicht hoch kannst du bitte warten katz ich habe hier eine kuh gesehen wo ist die kuh hin ach gut das scheiß schalten spiegel frecher hund recht aber mich anmeckern dass ich dich mobben tun das merke ich mir ist halt einfach nur beide stimmen ja angefangen ich weiß nicht wo die katze ist da ist eine kuh hallo kuh jetzt nicht mehr da wo bist du eigentlich hallo da unten ist noch eine kuh ich habe ja wo ist aktiv aktiv bist du noch da unten wo bist du auf dem baum berg hoch alter der windstoff finden wir spielen gerade bäume zu erklimmen hier liegt doch einfach noch eisen die lasse safer so liegen es wird nacht weiter und lassen ihn hier na es wird nacht wollen wir schlafen die ganze spaß da ist der kule muu wo seid ihr denn oben oben dankeschön da kam feuerpfeil ja was arm und wir sind doch eine große große familie und machen das alles gew Emmiss ja wir sind so eine große familie zu dritt gerade ja das ist eine große familie große lieben der familie wo ist es um andere richtung anderes links und da unten ist ein hexenhaus wo bist du hier hinten wo es leuchtet wo leuchtet es denn da unten ist ein hexenhaus da ich bin runtergefallen wir sind heute echt lieb zueinander du bist runtergefallen neben mir da hinten steht schieb mich nicht Achtung ich schieße mit Pfeilen er ist doch gar nicht and it burns 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 da wirst du doch locker in jemand ist da keine hexe doch hier lacht jemand um die blöde kuh ich hab noch ein halbes herz ob sie getötet ich habe na ich hab was aber ich hab nur noch ein halbes herz ja das wird sich auch nicht ändern so lange du vergisst das müsst ihr mich beschützen beschützen schutz stell dich hinter mich ist eine bedrohung bedroht er dich hört das jetzt endlich mal auf nein das dauert ne weile nein 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 ich weiß es ist so freude vor die karte wie vor dem präsidenten sitz ich will euch füttern damit ihr mich nicht mehr spüren tut hab ich eisen mit ne hab ich nicht mit ich hab eisen ja die katze hat mein eisen ich hätte gern ich hätte gern paar solche dinger eine schere brauchst du mhm hast du kein bett mit hallo was hat denn das mit bett zu tun keine ahnung wofür brauchst du sonst wolle danke reicht schon wolle ich brauch halt keine wolle ah ich dachte weil hier sind überall scharf reicht schon reicht schon es ist schon voll viel ok 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 ausgleich ist parte zombe kommen nachher geht oft schnutz nach oben da seid ihr na du was macht mein oder na du habe ich gesagt also sind deine ohren wieder schmutz die katze wie letztes mal wieso meine du hast doch letztes mal angefangen ja du hast auch alles falsch erscheint ach mensch liebet und vermehret euch ne danke darauf verzichte ich lieber wo seid denn ihr ja hier auf den bäumen da wo es leuchtet leuchtet gar nichts ja wenn sie kein jetzt habe ich ein problem warum ich habe mich selbst mit dem pfeil getroffen darauf aufgepasst wo er hinfliegt und was nun brennst du jetzt geht gar das weiter ok da war ein creeper ja da war bei mir hallo 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 jetzt ist ich habe keinen pfeil ähm dings dings halt nein nein ich habe schleim was ist denn dings dings ist dass ich nicht auf den namen komme herr was sollte denn jetzt weitergelaufen hallo was ist ihr mich jetzt einfach allein ja du bist ja nicht mitgekommen du bist ein mann wenn du nicht alleine zurechtkommst dann weiß ich auch ah da seid ihr hallo carrie es hilft uns nicht wenn du nicht sagt wenn du uns nicht sagst was dings wenn ich vergessen habe es heißt hat im dschungel wohl das ist gut meine katze attackiert gleich Milo oh nein nein Hilfe weg Er hat mich lieb! Dann geh ins Wasser! Ich bin im Wasser! Aua! Mein Hund findet es gar nicht toll, dass er mich angegriffen hat. Aua! Hey, dein Hund, dein Hund, dein Hund, dein Hund, dein Hund! Katzi! Ich bin dabei! Nein! Lauf ins Wasser! Lauf ins Wasser! Aua! Nein! Scheiße, ich werde immer noch angegriffen! Ja, deine Hunde greifen mich an! Ich kann nichts dagegen machen! Ich komme da noch nicht ran! Komm doch einfach hier ins Wasser! Wo ist dein Leben hin? Ah, da! Komm, jetzt erstmal muss man... Getötet! Oh, da sind zwei Creeper! Wo ist das? Der erste Hund ignoriert dich schonmal! Da ist noch ein Hund unter dem Baum, der dich nicht ignoriert! Da sind zwei unter dem Baum, die dich nicht ignoriert! Da sind zwei unter dem Baum, die dich nicht ignoriert! Sitz und Sitz! Sagte Sitz! So, jetzt! Weiß, ich will dir helfen und dann greifen mich deine Hunde an! Hallo? Hallo? Scheiße! Es hat Boom gemacht! Es hat Boom gemacht! Ich sag so, dass ich zwei Creeper! Das ist eine Chaotenrunde heute! Oh, ich habe eine Enderperle! Sehr schön! Können wir später bei euch brauchen die... Ne, ich schmeiß die jetzt einfach so, um mich zu kriegen! Ja, schön! Jetzt fängt es zum Regnen auch noch an! Ja! Das Regen hat dich... Das Regen hat dich... Das Regen hat dich... Das Regen hat dich... Das Regen hat dich schon krass, ey! Ich wollte eigentlich sagen, das Wetter mag dich aber auch! Da hinten ist, glaube ich, was, oder? Da leuchtet es so! Wo? Achso, ne, das ist der Sonnenaufgang! Ich wollte es gerade sagen, hä? Was? Was leuchtet denn hier? Kühe! Kühe! Kühe können nicht leuchten! Aber da sind ganz viele... Ja, dann tippen lassen! Viel Spaß! Ich versuche hier den Berg zu erklimmen und guck mal was... Zweimal Pilipper! Oh, Klipper! Oh, cool! Ich habe Pilzbiom gefunden! Äh, kein Pilzbiom! Äh, Pilzfall! Eine riesige Wiese! Ich habe einen Höhleneingang gefunden! Das ist schon wieder... Ähm... So, es hat jetzt in alle Bistungen verstreut! Wo seid ihr jetzt denn gelaufen? Oben! Das wüsste ich auch gerne! Ich bin der König der Welt! Du bist der Spack in der Welt, ey! Was ist mit dir? Hey, bist du Beef? Oder was? Wo bist du? Ich bin Beef mittlerweile gewohnt! Oh, bist du kein Vegetarier! Oh, mein Gott! Jetzt hat es irgendwo einen Creeper zerrissen! Also, ich sehe dich zumindest! Ja, ich sehe... Ich habe die Creeper-Explosion gefunden! Äh... Ich stehe ganz oben! Ganz oben auf dem Baum! Wenn ich nach links gucke, sehe ich einen Pilz! Also, einen Riesenpilz logischerweise! Oh, ich habe ihn gefunden! Hallo! Hi! Hallo! Das war nicht... Das war gar nicht! Dung! Boom! Wirst du mir jetzt ehrlich auf die Nerven gehen? Ja! Ich meinte den Zombie! Hui! Platsch! Kann ihm... Trifft man das Wasser, ja? Ja! Das Wasser? Das steht einfach so viel aus großer Höhe! Nee! Ja, wie damals euer Klippen springen! Das... Trifft man das Wasser? Ja! Platsch! Es ging sich... Es ging sich auch aus! Ja, zum Schluss... Ja! Nach dem fünften Versuch! Aber... Es war möglich! Aber es... Es hat funktioniert! Das... das war die Hauptsache! Oh... Waldrekorde werden auch nicht beim ersten Versuch aufgestellt! Sicher? Ja! Etka! 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 Komm her! Du musst sterben! Ja! Tschüss! Wenn ich fertig wünsche... Nein! Da kann man hoch schwimmen! Da kann man hoch schwimmen auf der Seite Katze! Was solltet ihr da bei den größten Berg? Ja! Na da ist sogar ein Loch oben rein! Ja! Ja! Dann halt so! Ja jetzt siehst du... Da kommt noch! Du 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 du! Sehr schön! Ich dachte du schwimmst doch einen anderen Weg hoch! Nö! Nö! Halt dich fest! Doch! Oder unten ist ein Ling! Ling Ling! Klar! Wir sind voll am Cheaten! Warte! Wann bist du? Also du bist da! Machst du wieder Wasser irgendwo hin? Ja! Das ist so bekleiert! Warte! Wieso? Ich komm da hoch geschwummelt! Dann packt sie mir auch für das Wasser weg! Oh warte! Ich glaub ich bin hier beim Loch gelandet! Mit meinem Wasser wieder! Ist hier der Eingang von dem Ding? Aua! Ja! Aua! Da will ich nämlich jetzt rein! Auf der anderen Seite wieder raus! Nee! Hier ist einfach nur irgendwann einmal Schluss! Wow! Wir sind für gar nichts! Doch! Hier ist was! Ja! Kohle! Nein! Nein! Unser Weg nach oben! Okay! Alter! Sag mal wie hoch geht denn der Scheiß! Ich hab's gefunden! Hallo! Hallo! Gehst du mal mit! Du bist so schlau! Wer hat mich geschlau! Wer hat mich grad geholt! Hier schneit's! Oh da geht's noch weiter hoch! Oh guck! Lama! Nobos! Ja weiter oben auch! Alle sind nicht noch! Hier sind Flüger aus! Da ist keine Luft! Das ist der Mount Everest ey! Ist das geil hier oben! Das ist schön! Hier bleiben wir jetzt einfach! Ja für spaßhaugen! Ah es ist schon wieder runtergegangen! Also ich geh jetzt wieder nach unten! Zu den Lamas! Du bist einfach an mir vorbei gesprungen! Ich? Von dir? Gar nicht! Gibt's Lama Fleisch? Na! Lama! Es geben kein Fleisch! Aber sie spucken dich an wenn du sie angreifst! Boah sie geben aber Leder! Ja! Ja! Ja dann put den Lamas ne? Ja dafür! Wie viel Leder brauchst du eigentlich? Wenn er sich nur Lederrüstung macht! Ich brauch gar keinen Leder! Ich würde töten! Ich bin da grad fast rumgefallen! Lol! Ich hab grad einen Doppelsprung! Hier ist noch eine Höhle! Wie? Aber was suchen wir jetzt? Wir erkunden die Gegend! Alles klar! Ja! Ich dachte mir so nebenbei jede Höhle mitnehmen und guck auf irgendwo Dias bin! Ja! Auch für... Kann das sein... Hast du einen Hund verloren? Ah für 70 ne? Wir suchen auch Dias, ne? Hier ist ganz viel Eisen! Katze? Ja! Hast du einen Hund verloren? Ja! Hier steht einer! Allah! Wo steht der? Oben! Wo ist oben? Oben! Der steckt mit dem Kopf in der Wand! Warte du Scheiße! Toil! Okay! Oh! Hast du ihn gefunden? Hm! Hier ist ein... Monster-Spawner irgendwo! Wo? Wahrscheinlich Skelettspawner oder so! Nö! Zombie! Warte hier ist ja viel Eisen in der Höhle! Nein! Ok! Der Rest in Peace Wölfe! Wie tief geht denn das hier? Alter! Wie groß das hier ist! Das ist eine längere Höhle! Ok! Ich nehme alles zurück! Ich glaube hier sind tatsächlich... Oh! Heißkelette! Wo ich stehen kann! Hallo? Hä? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Noch weiter, noch unten! Da die größte... Ah! Da bist du! Ach! Karte! Hallo! Ja! Ich glaube aber das ist da unten... Ach! Du Scheiße! Vorne? Ich bin hier... Komme! Alter wie geht's? Zervorlob! Get the party started on a Saturday night! Hallo Katzy! Hallo! Jetzt hast du auf mich hingeschlagen wieder! Du brauchst dir keine Sorgen machen! Ich hab eh keinen Ohn! Stopp! Die sind alle... es ist voll sinnfrei was ich gerade mache ich bin gerade links und rechts mit einer fackel hier rumgelaufen voll sinnvoll ich wieder nach vorne wo seid ihr? wir haben zombie freunden hallo also du bist da runter gegangen bei deinem weg dem was du nach oben gebaut hast oder? ja hey ja katze ja lebst du noch? ja könnten wir uns mal treffen ja ich weiß oh ja ich eile ich sprinte ich sprenne ich falle hallo hi hier bist du ja eng was? warte ich machs mal gemütlicher für die was? ja ich hab keine hose mehr ja oh du platziert sein bett und hast schon keine hose mehr an aus der katze ich hoffe ihr hattet dann spaß bis zum nächsten mal ciao ciao tschüss ciao